Die Agentur Geist und Geist wurde von einem Museum damit beauftragt, die Beschreibungstexte für die ausgestellten Kunstwerke zu verfassen. Heute ist das berühmte Gemälde der blutsaugende Wanderer über dem Nebelmeer dran. Doch bevor sie den Beschreibungstext erstellen können, müssen sich Freddy und Greta das Bild erst einmal ganz genau anschauen, um den Text planen zu können. Sie unterscheiden dabei drei Kategorien. Welches Motiv ist zu sehen? Wie ist das Bild aufgebaut? Wie wirkt es? Freddy schaut sich zunächst das Motiv an. In der Mitte des Bildes sieht Freddy einen großgewachsenen Mann ohne Haare, der einen schwarzen, bodenlangen Mantel trägt. Der Mantel hat einen hochgestellten lila Kragen. Man sieht ihn nur von hinten, also in der Rückenansicht. Er steht auf einem schroffen Felsen, der inmitten eines Nebelmeeres ist. Im Hintergrund, dem Horizont, sieht man ein Gebirge. Der wolkige Himmel wird von Sonnenstrahlen durchbrochen. Der Mann wirkt nachdenklich und in seine Betrachtungen versunken. Zu Beginn kann das Bild trostlos wirken, da schroffe Felsen und Nebel überwiegen. Doch durch die Sonnenstrahlen und die hellen Farben des Himmels und des Nebelmeeres hat das Bild insgesamt eher eine hoffnungsvolle, wenn auch nachdenkliche und träumerische Wirkung. Genau betrachtet haben Freddy und Greta das Bild auf jeden Fall. Jetzt müssen sie das nur noch in Worte fassen. Sie beginnen zuallererst mit der Einleitung. Zum Glück hat das Museum ihnen alle konkreten Informationen zu dem Gemälde mitgeteilt, sodass Freddy den Einleitungssatz schreiben kann. Das Gemälde der blutsaugende Wanderer über dem Nebelmeer von Friedrich Gaston David entstand im Jahr 1876. Es zeigt einen Mann in Rückenansicht, der auf ein Nebelmeer schaut. In dem Einleitungssatz einer Bildbeschreibung sollte immer der Titel des Bildes genannt werden, soweit bekannt, der Künstler, um was für eine Art Bild es sich handelt und wann es entstanden ist. Sobald diese Informationen enthalten sind, gibt Freddy noch einen kurzen Überblick über das Bild. Dann kann er direkt mit dem Hauptteil weitermachen. Hierfür kann er Gretas und seine Notizen zu dem Gemälde gut gebrauchen. Denn jetzt werden der Aufbau und wichtige Einzelheiten des Bildes genauer beschrieben. Der Mann befindet sich im Mittelpunkt des Bildes und ist nur von hinten zu sehen. Er ist groß gewachsen und hat keine Haare, dafür aber einen schwarzen, bodenlangen Mantel mit einem hochgestellten lila Kragen. Er steht auf einem schroffen Felsen, der sich inmitten eines Nebelmeeres befindet. Sein linkes Bein hat er leicht gebeugt auf einen erhöhten Stein gestützt. Im Hintergrund des Bildes, dem Horizont, sieht man ein Gebirge. In der oberen Bildhälfte ist der wolkige, aber sonnige Himmel. Der Wanderer und die Felsen sind in dunkle Farben gehalten. Der helle Himmel und das weiße Nebelmeer bilden einen starken Kontrast dazu. Puh, das sind ganz schön viele Informationen. Der Freddy konnte fast all seine Notizen wiederverwenden. Er hat deutlich gemacht, was sich im Mittelpunkt des Bildes befindet, was eher im Hintergrund ist und welche Details man zum Beispiel im oberen Bereich erkennen kann. Auch folgende Begriffe können dabei helfen, eine Bildbeschreibung zu strukturieren. Außerdem sollte man sich die dargestellten Menschen immer ganz genau anschauen, denn Gestik oder Haltung können viel verraten. Auch wenn es auf dieses Bild nicht zutrifft, so lohnt es sich immer die Mimik, den Gesichtsausdruck, der abgebildeten Person zu betrachten. So kann man versuchen, die Beziehung der Figuren untereinander zu entschlüsseln. Außerdem hilft es, auf folgende Aspekte einzugehen. Licht und Schatten, Ruhe und Bewegung, Farbwelt und Gestaltung der Umgebung. Auch Freddy hat versucht, diese Aspekte zu berücksichtigen. Jetzt fehlt nur noch der Schluss. Das Bild wirkt sehr träumerisch und nachdenklich. Seine Haltung zeigt, dass er versunken die Natur betrachtet und den Anblick zu genießen scheint. Daher strahlt das Bild eine tiefe Naturverbundenheit aus und die Sehnsucht, ihr näher zu sein. Aufgrund dieser romantischen Darstellung der Verbundenheit von Mensch und Natur findet das Bild großen Anklang. Hier sollten Stimmung und Deutung des Bildes festgehalten werden. Freddy hat versucht, die Wirkung des Bildes ganz klar zu formulieren. Und auch, wie es zu deuten ist. Außerdem hat er noch eingebaut, wie das Bild den Betrachtenden in der Regel gefällt. Puh, das war viel Arbeit. Aber Moment mal. Wieso sieht das Bild denn auf einmal ganz anders aus? Dass es sich um ein magisches Gemälde handelt, das sich verändert, hat ihnen wohl niemand erzählt. Hat ihnen wohl niemand erzählt. Gitarren und Gelächter Gitarren und Gelächter